Die Originalunterlagen Ich will Schauspieler werden Ich muss Es ist der Nachwuchsdarsteller Mario Adolf Das war natürlich damals die Dolce Vita Zeit Es gab auch keine Stuntmen Deswegen habe ich dann immer auch gerne selber das gemacht Es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen Als man mir den Film anbot, diesen Center Habe ich das erste Mal ablehnen wollen Ich will nicht nur Mexikaner spielen Und das war mein Haus 30 Jahre habe ich da gewohnt Grazie Mario Adolf Grazie Mario Adolf Monique gehörte zu den Freundinnen von Bardot Und so haben wir uns kennengelernt Ich wollte immer was Neues erfinden Du siehst ja einfach Was ein Schauspieler kann Man muss die Rolle zeigen Ein Job Ja Herr